Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch da draußen und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Dieses Mal spielen wir aber ein anderes Game und zwar First Class Trouble. Das ist eine Art Among Us Plus in 3D und erhältlich gerade für Playstation Plus Mitglieder natürlich umsonst. Und wir haben eine mega geile Runde gehabt. Ich war als Imposter unterwegs und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, wird mega lustig. Äh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich fühle mich irgendwie gar nicht so gut. Mach mal den Beat an hier, ich tanze zu deiner Musik. Hallo? Wie geil? Luca! Oh mein Gott, als ob! Luca, schnuck hier. Ich hör dich, ich hör dich. Keine Panik. Okay, okay. Servus, nice. Die Runde gewinnt. Servus! Wo sind die anderen? Es fehlen noch ein paar. Wo sind die anderen kommen? Die kommen. Die haben aber lange gebraucht. Die haben sich noch vergnügt. Das können wir nicht hören, wenn ihr da hinten drin steht. Michi bei 3? 1, 2, 3! Oh, grün! So, mein Vorschlag ist... Was hast du vor? Ähm... Ich war einfach grad im Chat stuck. Ich war im Chat stuck! Im Chat stuck, Alter! Was für dein Geschwätz! Ohne Scheiße! Welche Karte fehlt, Männer? Ohne Scheiße! Rot! Rot, 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 rot! Ich hab grad die blaue. Ich meinte, dass wir die Ding nehmen, ähm, auf der zweiten Stage. Dass wir da gucken, dass wir da jemanden aus dem Weg wollen. Ja, definitiv, ja, ja, im zweiten ist besser. Ich komme! Alright. Der hat mich grad wirklich gesuszt, weil ich im Ingame-Chat stuck war. Sag mir Bescheid, Dennis. Das wird mir so noch's Genick brechen, ich sag's dir. Von mir aus können wir, oder? Wir brauchen ja nix mehr. Obwohl, nein, warte, die Hinweise, die Hinweise, die Hinweise. Wo sind die? Habt ihr den Hinweis hinten? Wow, was war das? Ja, der hat mich umarmt, das war's. So, hier oben ist nix mehr. Hier oben ist clean. Wieso, wieso hast du Michi grad so angetatscht? Auf der Tafel steht, auf der Tafel steht... Im zweiten Stockwerk ist nix mehr. Warte, hört mal zu, hört mal zu! Auf der Tafel steht Michi, Lutz, äh, Luca und Sascha. Okay. Was? Lutz, Michi, ich und Sascha. Sorry, ich, nee, ich. Lutz, Michi und Lutz. Ich, ich sag mich doch selber, Alter. Beim ersten Mal hast du dich ausgelassen. Okay, ich mach's. Ja, okay, also ich, Sascha, Lutz und Michi. Okay, ja, let's go, let's go, let's go. Es sind doch immer nur drei Namen auf der Karte. Nee, manchmal hast du vier. Ich statt Sascha ist auf einmal vier. Manchmal hast du vier. Ich statt Sascha. Ah, okay, alles klar. Ganz kurz nochmal zum Mitschreiben. Wer stand dir jetzt drauf? Es war Sascha, Steffen, ich und Michi. Ja, ja, er kann hier reindroppen, er kann hier reindroppen. Ah, perfekt, okay. Draftix, ich, Michi und Herr Lutz. Ja, das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil jetzt geht's noch nicht los. Ja, 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 aber trotzdem hat Steffen Michi von hinten, ja, aber Michi, äh, Steffen hat Michi. Ja, ich glaube, schon. Luca und Lutz. Na klar. Hier, waren beide im Chat, das war ganz schön. Ich war ganz alt mit Michi, bist du wahnsinnig? Steffen hat Michi von hinten um Armst in den Raum, wo sie alleine waren. So, weiter. als ob der uns halt legit jetzt beide direkt gesasst hat was war wiederholung des folgenden satzes nein 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 verpiss dich von mir ich habe es nicht wieso hat wieso hat er dich gerade weggeschubt ich habe hier die sauerstoffflasche gelockt wirklich weg weg aufpassen doch nur geschürzt wir brauchen wir müssen da nach hinten die dinger feuer 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 vorsicht hat einen feuerlöscher die sind aber oben dann lasst hochgehen ich bin oben ich bin mit luca michi bist du auch da michi du musst michi zu dritt guck mal wie schnell das geht hier warte ich versuche hier die ganze zeit rhythmus feuer anzumachen gerust los 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 das schock und rennst du da sind da sind zwei da sind zwei ich komme komme kommt 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 steffen läuft da hast du's gesehen okay steffen repariert das musste er macht eine aus 12 nehmen die sauerstoffflasche bitte ich habe den hinweis ich habe mir hin hier herr lutz hangman und treffnicks ich habe ihn weiß ich habe mir hinweis an meine gerade gelöscht er nutzt treffnicks und mich was war die andere person die in dem beweis war ich habe ein beweis gefunden wo du drin stehst ich kann deinen namen austauschen hörst du das treffnicks ja ich habe ich habe keinen sauerstoff mehr sascha kannst du hier oben noch kurz leute leute kommt mal her aber bitte alle zu mir alle zu mir ich bin ich bin da hier stehen nur noch zwei namen drin ja dann kommt die man trifft nix so ein geschwätz und ich habe auch ein hinweis und bei mir standet treffnicks auch drauf dann darf ich eine frage stellen ja steht auf diesem hinweis immer die wahrheit oder ist manchmal gelogen nein das ist immer war ja die die letzten male die letzten male wo wir das hatten war immer war ich gehe nicht mit stoffen alleine jemand ist in den strom reingerannt ihr habt mich gesehen ihr habt mich gesehen ich stand hier im gang das ist genau gehört dass der hilfe geschrien hat ich habe mich verarschen weil ich habe hier gerade die pcs repariert auf deinem hinweis steht immer die wahrheit drauf ich habe keine ahnung das ist immer zufalls prinzipiell aber glaubt einer davon ist immer ich weiß es nicht kommt mal bitte beide mit also ich kann es dir nicht sagen bei mir dieses ding sagt halt irgendwelche namen wir bleiben jetzt einfach zusammen ich werde mit hier nicht alleine bleiben war schon das offen habt ihr den generator nähe unten beim strom ist sascha mich drückt du du standest nicht drauf ich lauf durch ja ja wieso reparierst du denn ich halte mal bitte steffen im blick ich bin ich mit dir alleine da ich habe auch eine sauerstoffflasche ich habe auch eine sauerstoffflasche das ist der letzte was ja ja wir bewegen uns sowieso in aufzug alles gut dass wir zu sagen wenn ihr diesen hinweis immer die leute stehen wenn es die wahrheit ist was da steht dann lügt er aber wenn es trend im namen ist dann werde ich jetzt immer noch keinen hier mein hinweis herr lutz hangman und treff nix ja was lud seine weiß ich nicht ich sag euch dicker ist sorry steffen aber dicker dein name steht zweimal drin wo zweimal ja also entweder du oder der lutz schmutzel ja komm komm lass los lass los lass los lass los ich vermisse dich nuka dasselbe prozedere du hältst du hältst das ding auf ich habe ich habe ich habe lass los warte 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 könnt ihr sascha ihr habt sascha im blick könnt ihr was werfen ja bleib du mal da drüben bleib du mal da drüben ich komm rüber ich vertraue dir oh mein gott dicker tüt ihn wie geil wie geil hey der will nicht sterben dicker killen, ne? Ich kann ihn halt nicht killen. Egal, dann... Alter, scheiße, geil. Ja, geil. Lutz, high five, alter. Nein! Der hat mich getötet! Er hat dich so aus dem Leben genommen, Luca. Egal, ja. Aber Sascha, Sascha kann nicht gewinnen. Du bewegst dich keinen Zentimeter, damit das klar ist. Das werden wir sehen. Wie lange willst du noch pushen? Jetzt schuck ihn, Lutz! Lutz, schuck ihn! Er kann nicht an dem PC, solange noch ein Imposter weiß. Dir läuft der Atem davon, Bro. Dir läuft der Atem davon. Bleib liegen. Du hast keine Chance mehr. Nein. Der Zug ist abgefahren. Ja, leider. Scheiße. Hey, ich wusste nicht... Ich sag sogar noch, Luca und Lutz, hab ich noch gesagt, Digga. Ne. Apart. Ich hab auch gewusst, Digga, das ist Luca. Das hast du richtig gespielt. Ey, Lutz! Hammer! Das war so geil! Das war so geil, ey! Ey, unglaublich. Ihr habt das so schlecht gemacht. Aber stopp, stopp, lass mich ganz kurz erklären. Das war mega nice. Lass mich kurz erklären. Dein Name, Steffen, stand wirklich drauf. Klar, ich als Imposter stand nicht drauf, aber Lutz stand drauf. Liebe Leute, wir wären auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr mehr solchen Content sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall megamäßig freuen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mit einem Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.